Ja. Wohin? Da. Okay. Das ist ja eine Stadt. Iowa 4. Die Legende. Die OG Legende. Hm. Bist du OG? Hm, na. Na ja. Jetzt ist schon Chapter 4, kann man schon sagen. Seit Season 10 spiel ich halt. Hm. Vielleicht ist auf alle Fälle Action. Wie viel Leid damit kommen an? Ach du Scheiße. Ich hab nicht da mal erworfen. Ich bin oben bei der Truhe gelandert, hab gebogen, aber hab die Truhe nicht gekriegt. Ist wirklich ganz schlecht. Ich find keine Waffen in dem ganzen Haus. Ah, PAM. Okay, ja. Kann ich leben damit. Da landet erst jetzt. Das wäre. Ego. Aber bin. Mark. ein paar waren down. Bei mir waren alle zwei noch. Ich hab nur PAM. Bei mir erst, ich kann ja PAM geben, wenn du zwei kommst. Okay. Ja. Hast du eine Waffen? Ja. Ja. Ich hab ja zwei leider. Ich hab ja zwei. Ich hab ja zwei. Ich hab ja zwei. Ah, die droppt die PAM da mal. Und ich komm. Entweder leben oder sterben. Ein Hobby. Ein Hobby. Ich bin da. Ich komm nicht ein. Ah, PAM da. Let's go. Let's go. Erst hat er dann WOM BAM gekriegt. Sag nicht, du bist da in die Ecken gestanden. Nein, ich war da oben. Wo? Da oben. Alter Arsch. Na, erst hab ich WOM BAM gegeben, den zweiten hab ich geburscht. Da bin fast gestorben. Gegner. Ja. Ich find die Landschaft einfach cool. Mit dem Fortnite. Diesen. Ich hab da. Geh genau. Naja, ich hörste. Ja, die fallen da weiter. Ah, der ist ausgestiegen oder auch du? Jetzt? Na, ich bin abgeflogen. Wer hat den Kult? Vielleicht. Oh, der schürzt nicht. Oh, der schürzt nicht. Ich kann ja eher nicht nachladen, ich hab so wenig MUN. Ah, da dürften, ja. Da war noch. Jetzt hab ich MUN. Da ist wieder PAM. Bei mir liegt Piggy. Gegner. Schildcrack. Die 34 haben die blaue Bösen. Blaue? Ja. Ja, dann hast du ja nicht. Ja. Am Dach oben? Wo? Eher am gleichen Dach, wo wir ihn angekittert haben. 50 blaue. Schildcrack. Ja, okay. Er ist der Bester. Er kommt, glaub ich, Buschen. Ja. Ja. Komm, ja. Komplett geistig. Er ist über mir. Er ist über mir. Er ist über 16. An mich? Dead. Ja. Er denkt, wir sind schlecht oder so. Oh, okay. Im Kopf. Nice. Oh. Genau so. Nein, wir sind wieder wegflogen. Ja, wohl genau. Warte. 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 Hast du einen Pi-Shanka? Ja. Danke. Und dann kann ich dir ergeben. Ah, die DMP ist viel besser als die andere. Zum ersten Mal die andere. Die sind viel besser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ziehe ich wie langsam die Saufkacke da aufläuft. Sag ja. Habe ich nicht gewusst. Ah, jetzt geht es aber schneller. Hä? Dad. Ja, kurz einmal die Saufkacke. Ja, kurz mal die Saufkacke. Es ist ein superer Typ. Das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geräusch Alter was war denn das gerade für Geräusch richtig laut? Na du boss das kann doch sein mit deinem Homma dass das so laut ist? Ja vielleicht Ja aber wie hast du geschafft dass die Softkanonen auf 10 Schuss gehabt? Meine hat auch noch 5 Meine hat auch noch 5 gehabt Dann war das auch ein Bug, bei mir hat er nämlich 10 angezeigt Alter was sind das für die komischen Bugs? Er hat einfach 10 angezeigt bei mir Das wäre geil Da oben ist glaube ich Action Ich merke ja gerade Ich glaube der ist weggegangen Hoffentlich Von Leer 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 Gibt es eigentlich hier wieder Arena? Also null bauen, null bauen, Arena? Boah, das darf sich nicht. Das wäre wieder witzig, oder? Ja, das wäre geil. Wir können ja schauen nach darunter. Aber ich glaube nicht, da. Ich glaube, es gibt eine Late Game Arena. Das war es, ja. Wahrscheinlich gibt es nur das, ja. Da hinten geht es ab. Alter, die Feiten sind cool. Guck mal was, oder? Gehst du da wieder weg? Na, ich werde da nicht eine. Ne dumm. 17 Gegner. 2 2 2 2 4 2 1 2 3 1 2 2 3 1 Ich glaub nirg mir nicht mit dabei Wo Auto kommt Naja Da vorne Da vorne Auf dem Schirrsee Nix getroffen Da vorne ist wieder South Bay Auf der Straße Ich hab schon 6 Ok Hoppala Jetzt los Halt abgelaufen Oben wird eine Krone liegen Egal Wo Da vorne Stimmt Warte das ist ein Gegner Warte mal unter mir ist Anna Der geht auf der Tanke In der Tanke drin Anna In der Tanke Links Nein Warte mal kurz Lass den Puschen Ok Ja ist drin Anna Der heilt sich da oben oder was Oder hinten hinter der Tanke Naja ist circa durch Boah der Hammer Das ist ein Wahnsinn Das ist ein Hammer Das ist ein Hammer Das ist ein Hammer Da vorne ist Anna Da vorne Ja Ja letzte Runde Nach der Runde muss ich aufhören Ja Kannst du dir zu machen bitte Bitte Ja ja mach sie zu Alter Das ist so Na wirklich Da hinten Dahinten sind sie Dahinten ist sie Dahinten sind sie Dahinten ein Ding Dahinten Stamm In der Zone Was hab ich denn da für ein Bing Ist Connected Nix Hm komisch Sind da in die Zone Sind da in die Zone Boden Schüsse unter mir direkt unter mir Komm mal Ja 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 Das ist wieder dieser Spidermander Ja Okay okay Er ist der Beste Ich denke es ist ein komisch Drecksitem Ja komm Porsche Schildcrack Robin Nein Nein Schildcrack Dein Gegner Oh mein Gott die kämpfen da hinterm Baum Nicht schießen die sind zu zweck Genau Ich glaub die mir jetzt gesehen Kein Fortbild zu spät Kann es sein dass sie mehr gesehen haben Okay Die kummern Die sind geistig Au Die sind krank Die wollen pushen Ja einer schon da Oh der ist da Der ist dead Oh let's go Der andere ist auch bei mir schon Er bin tot maybe Er ist am Haus Dead One farm Ich stelle der Stile auf Oh nein Er ist weg Er ist weg Er ist weg Mir ist weg Egal Da hinten. Ich schieß nicht, du bist da leider. 100, 200, 200 habe ich ihn gegeben. Ja, der ist low. Ja, ich bin angeschossen. Und der ist jetzt weg, mit seinem Hammer ist er weg. Wo warst du angeschossen? Ich weiß nicht, ich bin kurz angeschüttet worden. Alter, ich bin 200 ergeben. Und das war wieder der Bug, das war wieder der Bug, dass er weiß war. Und dann war blauer. Ah, ich muss auch was zu bedeuten haben. Nein, ich glaube, weiß sind die Kombischüsse, wenn dir angezeigt wird. Das war der erste Dirk Weiß. Das ist komisch, ja. Ja, egal. Hast du die Siegerskunde Kult? Ja, ja, da vorne ist einer. Na, was? Der hat mir jetzt folgen lassen, den die Kult hat mit der Shotgun. Der letzte. Ah, okay. Da vorne jetzt. Ich könnte ja drin campen eigentlich, ja. Da liegen noch mal Schaufdinger bei mir. Ja. Kommst du dir. Da mach ich mich voll. Ich kann nicht mehr die. Bleib mal da, oder? Ja. Wir sind da hinten. Schicksal. Ja, da habe ich 6. Aha, da, okay. Ja. Wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Wir sind da hinten. Du kannst ja weiter aufgehen. Oha. Nein. Wir kommen an. Oder? Nein. Hm. Was heißt, Anna ist genockt gewesen, hat weniger Leben? Ja, Anna ist da hinten irgendwo noch, hat das Zweiradteam mit dem anderen Haus. Wer hat eh wieder markiert jetzt? Naja, und wir müssen da eigentlich um, das ist ja scheiß. Wir müssen da weg. Na ja, da ist halt die Zone. Hm, stimmt. Ja, die campen da in der Ecke. Ja, ja. Und wie machen wir das? Warte, du hast einmal in der Zone, du hast einmal in der Zone. Na oder? Oh, ich bin safe in der Zone. Ja, ich vielleicht. Aber wenn du jetzt mit dem Bogen schießt, das wird er halt machen. Das ist halt trip. Warte, am Schluss ist der Bogen eigentlich auch gut. Weil jetzt am Raketenwerfer ist, ich will. Der Anlag hier gerade ein bisschen. Ja, das ist ein Explosivbogen. Aber der geht da auf den. Ja. Ja. Von, äh, von, äh, von, äh, du. Ja, da ist ein Loch. Ja, da hinten ist er. Na, der hielt ihn. Ja, dann komm. Ja. Ja. Let's go. Let's go. Was, was? Wir holen mich keinen Win. Was, was? No, ich baum Scheiße. Nein, das ist ein Anderen. Das ist ein Wiggler. Ja, okay. Ja.